hallo leute willkommen zurück zu meinem kopf ja das war es auch schon wieder bis zum netpass voll dumm so er ist immer noch in der höhle und ich bin hier immer noch bei der burgmauer dann gibt es wasser ja geil alter hier überall dann diese mauer herum ist dann sind wir richtig sicher ich finde überhaupt wir sind im letzten bisschen ziemlich weit wenn wir so ein richtiges dorf guckt euch das mal an das ist hammer und ja ich muss den ganzen dreck wegbringen fail was ist ich hab grad ich hab grad vorhaltig ich hätte es ja wenn ich wieder total konzentriert bin okay dann warst du denn je total konzentriert hat zum achten müssen es geht ich bin ein sehr intellektuelles Belsen ja irgendwie ist es nicht ich bin fast zu schlau wie eine Bratwurst als die Klappe du bist er hat es glaube ich dir ich habe gesagt fast das so hat man auch die Gerngruppe lieb die Apfel hat genau wie abalter Lärme Englisch ganz ehrlich weil ich jetzt werde gut er für ihn die Schleute bis 66 wo wir müssen meine sachen jetzt nicht alle Prozent zersprengt worden ist noch ein Quipane hoffentlich bist du hoffentlich sind alle deine Sachen weg hoffentlich bist du gestorben sag mal bist du eigentlich checkst du nicht ne ich bin gerade gestorben ich weiß wenigstens ist der Berg jetzt hier weg der Küper hat dir geholfen Lava hör auf zu fließen ach du fuck ich brenn wo ist mein Level hin wo ist mein Level boah ne also ich fand das jetzt echt cool ah da ist schon wieder ein Skelett ja geil ja fick dich ich kann mich hier nicht bewegen boah Aimbot was das Skelett hat ein Aimbot ja ne ich hab ein Aimbot das glaube ich doch gleich ja so warte mal dann machen wir mal ach fuck alter Minecraft Aimbot warte ich muss mal gucken ob es den gibt einfach mal gut Minecraft Aimbot ah da gibt ja einen hey also ich muss mal gucken okay meine Diamantsachen habe ich ja und der Rest ist mir eigentlich relativ Latte höhö er hat Latte gesagt boah Gott so ähm wie geht dich oh fuck ey wieso oh man kannst du dich mal verpissen nein nein jetzt ist er noch oh fick dich doch mal scheiß Creeper alter und Skelett du auch du bist auch kein Fünkchen besser du also die die das hat mir hier eh sowieso nicht gefallen das wollte ich eh nochmal weg sprengen mit TNT klar ja ja das fand ich hier sowieso immer immer schon war das hier mein das fand ich gar nicht gut ne so warte mal bauen wir hier mal zu boah ne das kotzt aber jetzt schon leicht an weißt du boah ich müsste gegen eine Strömung schwimmen oh du armer ne also ich geh jetzt rein ey ist mir jetzt egal ja komm kommt Monster kommt alle her greift mich doch alle direkt an Creeper ist hier vielleicht noch ein Creeper ja komm doch her vielleicht noch mal ein größeres Loch in die Dinge sprengen das macht sich bestimmt schön sieht bestimmt geil aus komm her so richtig fettes Loch ja findet der bestimmt richtig lustig dann so ja ich mach jetzt wieder Timeset das ist ja kein Cheaten das sagen sie alle so Creeper du stirbst jetzt ja fick dich doch Ausweichungs-Aim-Bot Ausweichungs-Aim-Bot zack ist der Creeper tot und ich krieg seine EP ich hör doch irgendwo ein Zombie nein das bin ich ich hab Hunger ne Spaß so ähm warte mal da unten war noch ein Creeper den hol ich mir auch mal so komm mal her oh fast hä wieso treff ich den nicht stirb doch mal ah sehr schön ich hab ne Menge Gunpowder hier ich hab jetzt keinen Bock nach dem Zombie zu früh ach fuck wann haben wir den Part denn jetzt angefangen ich hab's voll vergessen gerade ach ja du hast gesagt na ne 25 nach wollen wir aufhören ne ne ich weiß dass es irgendwas mit 40 war egal wir machen das nach Gefühl mein Gefühl kennst du ja du werd meine Part 6 Minuten lang ja ich hab echt so ein schlechtes Zeitgefühl ich aber auch ich denke immer entweder ich bin zu früh oder zu warte mal kurz ähm nein jetzt hab ich Dreck in die nein so warte dann kommen hier jetzt noch Weizen Zuckerrohr ja Zuckerrohr ist voll toll oh Gott ja komm denn mal bald zurück ne ja ich hab noch ne große fette Höhle gefunden ja so warte mal und dann Klo Zombie Sticks behalte ich erstmal und jetzt noch das wegbringen ja egal das war jetzt Fail also ich hab die Mauer ich hab jetzt in den letzten paar Parts nicht so viel geschafft ich hab grad mal ein bisschen an der Mauer gewerkelt aber ja ansonsten ist da jetzt nichts Großes passiert ich hoffe mal das ist nicht schlimm da werde ich jetzt geschlagen ja komm her ich übernehme es gerne ja komm du her nö Hamburg nach Hamburg zu kommen jetzt hast du verraten wo ich wohne Mann bist du böse los hated ihn hated ihn stalkt mich komm zu mir nach Hause ne dich will sicherlich keiner stalken nein ich wohne nicht in Hamburg nicht direkt in Hamburg das kann ich schon mal sagen aber mir erzähl ich da auch nicht so das ist genau das wenn du noch fragt wo kommst du her ja ich komm von meiner Mama ja wo wohnst du zu Hause ist auch sowas na gut ich würde sagen ich weiß nicht ich weiß jetzt echt nicht wann ich den Part angefangen hab ich bin echt jetzt am überlegen egal ich baue noch ein bisschen an der Mauer weiter so ich nehme dann gleich noch mal ein bisschen Mountain Blade auf ich gehe da mal meinen Part nach synchronisieren gleich genau ich habe überhaupt keinen Bock drauf drauf ah ja Lake Moore danke so ja es formt sich die Welt formt sich langsam an das kann man ja so sagen also wir sind hier jetzt ähm zwar die letzten Parts irgendwie nur am werkeln und schaffen hier nichts so richtig aber es geht doch langsam aber sicher doch schon ein bisschen voran und ich denke ist doch gut soweit das gefällt mir nicht mit dem Berg hier Achmed nein Skelett alle sagen Achmed und darf ich das aussagen ich bin gleich tot ich habe nur zwei Herzen boah der Berg hier der muss weg die Blase muss platzen ok kennst du das ja irgendwo schon mal gehört Spongebob ja ha nein 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 was denn nein Creeper du gehst jetzt nicht hoch doch geh hoch alter ich habe ich ich habe nicht mehr viel Herzen oh so das sieht doch schön aus aber das bringt mich kein bisschen weiter ähm ich muss hier alles abhauen was machst du denn hey skill was hab ich denn fast gestorben du bist fast gestorben aber mein skill hat mich gerettet ja ich glaube auch also du bestehst echt aus purem skill ja klar ich meine wer sich in MW2 von so einem Typen wie der gestern abziehen lässt das ist ja schon leicht peinlich für dich ne ey der wollte echt nur quickscopen der die ganze Zeit nur quickscopen wollen ja ja bestimmt ist ja echt eine richtige ne richtige boah ich wollte gerade Flaschen Flaschen und Lappe ja egal ich höre ganz auf zu sprechen jetzt gar keine Lust mehr so ähm warte mal ok die Mauer die ist da vorne dann ist sie hier dann muss ich die jetzt hier weitermachen bleibt mir nichts anderes übrig ich komm da mal wieder hoch ne ja würde ich auch sagen so unterirdisch ist Wasser das ist doch gut so dann bauen wir hier noch ja würde ich sagen nach diesem Part ist denn jetzt auch erstmal Schluss dann ist der hier jetzt ein bisschen länger glaube ich naja ich bin draußen glückwollend frischer Luft und was habe ich ein Stack Eisen ja hast du sonst irgendwas cooles Egal ähm die hier die unsere unser Dings hier ist schon richtig voran alter die Mauer die beschützt jetzt schon hier hinten die ganze Seite das heißt die hier die Seite ist schon mal sicher wenn ich hier alles ausleuchte dann noch innerhalb der Mauer und ansonsten sieht auf der Mini-Map geil aus was die Mauer oder und im ganzen der Bauernhof sieht auf der Mini-Map richtig geil aus ja ja es ist hier richtig fett ey ja finde ich gut ist doch echt was gutes geworden hier der Bauernhof Leute wir sehen uns dann oh ich gehe mal ins Haupthaus wir gehen äh wir sehen uns was ich komm ok ähm ich werde hier jetzt noch ein bisschen offscreen so ein bisschen die Farm hier das Weizen abbauen alles in die Kisten packen dann mein Inventar aufräumen und alles und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wenn wir weiter die Burgmauer bauen oder wenn wir einen neuen Gast begrüßen oder wenn wir das Haus hier weiter bauen oder wenn wir Melonsamen suchen und sie dann hier einpflanzen was weiß ich wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal zurück äh ciao ciao ciao